ja dann lass uns da hin komm doch mal hin ich schläufe jetzt einfach na hier ist auch nix oh da sind oben welche da sind überall welche alter das müssen wir echt mal schleichen da ist nicht, ne da ist ne Weste ja kurz jetzt habe ich aber welche gezogen wollen wir noch oben hoch springen? geht das? ne es geht nicht ich denke bis dahin haben die mich vergessen oder? oder gehen sie den Weg, alter? da kommen sie, alter, ernsthaft? boah muss ich hier rüber ich hoffe die ziehen nicht stehen, ein paar bleiben stehen boah ich steh nicht vor denen, alter stehst du natürlich richtig scheiße guck mal was die Leute da sind, alter scheiße ja das sind nur vier boah ist, hit, hit, hit boah jetzt hätte ich dir fast nen Hit verpasst guck mal ob eben mein Weg frei ist ja isst nach hinten kannst du rennen darf ich die Money? na nimm ruhig so jetzt sind die Idioten auch weg ja aber das, du kannst doch nicht weiter gehen ich hab auch nur ne Hälfte Leben oh Gott ey ich wurde es ja auch immer genug wollen wir jetzt einfach knülen, alter Unlimited Amo? frage ich jetzt gleich Meister Erdbeere, alter wenn du mit dem Ding hier schießt dann weißt du ja wie das ausgeht YouTube da vorne war ja, äh, Helikopter ich hab da irgendwie geändert, hallo ja kommst du mir, kommst du mir ja ich kann ja nicht schnell spuren jetzt ich hoffe, der erreicht mich nicht, alter hier in dem Haus, da müsste auch auf jeden Fall was los sein wie gesagt, ich brauch was zu trinken, sonst boah, hier sind sie wieder von außen jetzt dann lass mal erst sie hoch, oder? ja, wenn die kommen, dann, dann ist das ja aber echt verhext dann ist es verhext, joa mann, hier ist auch nix oder hier läuft wieder einer rum und macht gleich äh, 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 äh boah, da hinten stehen sie natürlich wieder, ne hier ist nix, alter da vorne liegt was ne Taschenlampe yes hier auf der anderen Seite eine Taschenlampe oder es war grad wieder jemand hier aber selbst leider really, alter, ernsthaft, hier vor allem hier ist das boah hier ist das Risiko zu sterben viel zu groß boah oh Gott, jetzt hat mich ein Zombie angeknabbert, ey jetzt brauch ich was zu heulen, alter, sonst bin ich gleich dauernd steht hier gleich wieder eaten bei der Zombie, alter wo kann man denn in diese scheiß verfickte Bude rein hier, Alter ja, anderer Seite, Alter die Ich seh nur noch das Taschenlammlicht. Slenderman, Alter. Links und rechts nicht, gar nix. Yes. Hast du irgendwas zu heilen? Nein, Alter. Alter, lass jetzt mal in das Haus gehen. Vorsicht, da sind Zombies drin. Lass mich mal vorgehen. Aber das sieht richtig schön leer aus, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich seh nur noch das Licht, Alter. Hier ist jetzt eine Lichtkegel-Folge. Ich hab irgendwo ein Zombie gehört, Alter. Ich hab so Angst, Alter. Hier ist ein Hell, Junge. Wo? Hier in dem Gebäude. Oder in dem Raum. Und bring me in the helmet. Oh. Wollen wir zur Wetterstation, Alter? Zur Wetterstation? Oh, Mann, Alter. Ja, wenn ich hier überhaupt wieder rauskomme. Wie? Ja, ich bin übelst unsichtbar. Also, ich seh nix mehr. Ich geh voran. Wir können auf jeden Fall gleich wissen, was passiert, wenn man nix mehr zu trinken hat. Hey! Hier ist was drin. Warte, das heilt sogar übelst. Ja, gib her. Warte mal. Pass auf, hier kommt wieder irgendwas. Zwei. Weg, weg, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich hab noch meine Beine jetzt. Oder nimm dir einen. Ich hab meine Beine wieder. Ich krieg mit ab. Boah, hier sind noch mal zwei. Ich knock mit ab. Hier sind noch mal zwei. Nein. Ich hab nur ne Taschenlampe, Alter. Das war ein Risky-Shot. Nein! Jetzt bin ich wieder fast down. Ach Gott, das ist not normal. Ich geh hier jetzt erstmal hoch, Alter. Und in der Zeit, in der wir gespielt haben, sind wir jetzt rekordmäßig unterwegs. Guck mal, wie viele Spieler gebannt wurden. Ja, ich glaub, wir haben das nochmal richtig verschärft, das Bannen. Ich glaub, ich springe jetzt runter und riskiere es. Und dann renne ich da hinten lang, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, wie gesagt, zu Norad Military Base. Oder zu Frosty Resort Pinestone. Jaja, die Western Station liegt ja auf dem Weg, sozusagen. Ja, wollen wir hier runterspringen? Oder bin ich dann tot? Von da stehst du. Ey, du bist ja schon da unten. Wie bist du denn da durchgekommen, ohne Zombies zu enden? Da sind keine mehr. Boah, er hat mit seiner scheiß Taschenlampe. Ja, ich kann sonst gar nichts sehen. Ja, ich brauch was zu trinken jetzt, ey. Hat dich das geheilt? Was? Ich kann nicht mehr spuren, Alter. Back Emma, ey. Ja, aber ich hab dann nachher wieder einen Hit-Up gekriegt. Und ich kann nicht spuren, weil ich so wenig Leben hab. Was machen wir jetzt? Gleich bin ich tot? Die Krüger-Rifle ist weg, die Mossberg ist weg. Ja, die kann ich ja aufnehmen. Oder wir gehen zurück und ballern. Und sterben einfach. Ich kann aber nichts sehen, wenn ich das Gewehr anhab. Ja, dann ballerst er einfach. Pass auf, da liegt ein Zombie auf der Straße. Oder ist das ein Spieler. Das ist ein Typ. Baller mal mit der Moss. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Vorsicht von links. Ich kann nicht spuren. Er ist tot, Junge. Alter. Da ist noch einer. Blinderschuss. Blinderschuss. Ich muss nachladen. Nein. 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 Du hast mich getötetet. Nein. Nein. Nein, das kommt jetzt auf mich zu. Nein, Alter. Ich sterbe auch wahrscheinlich. Killed by Peloni, Alter. What the fuck, ey. Du hast dich plötzlich vor mich gestellt, Alter. Jetzt muss ich wegnehmen. Du musst die Mossberg holen, Alter. Oh, nein, ich bin. Pass auf. Sind die direkt bei mir? Ja. Ich will die Mossberg reinlegen. Kack, ich kann die Mossberg nicht reinlegen. Ja, und du rennst genau zur falschen Seite, Mensch. Komm, ich hau ab, Alter. Du bist... In dem Moment, wo ich geschossen hab, gehst du vor. Scheiße, Alter. Ich hab schon gedacht, ich würde beim Zombie gegessen, und dann steht da Killed by Peloni. Das war's, Alter. Warte mal. Sind sie jetzt weit hinter mir? Shit, man. Ich hab die Mossberg gar nicht aufgenommen. Einer ist dead. Ja, wir machen ja eh direkt mit den anderen Schuss weiter, würde ich sagen. Ich jetzt sterbe, Alter. Ich will eben die Mossberg saven. Oh, was ne neuste Scheiße, Alter. Oh, jetzt stirb doch. Sturb? Einer tot? Ja, die Mossberg wäre neu. Vor allem das Magazin. Alle tot, so. Meine Güte, Alter. Jetzt für Civilians Killed hast du dir jetzt einen schönen Punkt dazu verdient. Ach, too much weight. Du hast irgendwie leicht irgendwas noch aufgenommen zusätzlich? Ah, dann schmeiß ich die Weste weg. Ja, die Weste wird so... Die Taschenlampe, weil das ist wichtiger. Ich probier's nochmal, die Weste aufzunehmen. Ne. Den Helm. Ah, dann scheiß ich auf die Weste jetzt. Ah, dann machen wir's nächstes Mal auf dem Weg. Und jetzt hab ich nichts mehr zu trinken. Also, in der nächsten Folge... Oder wenn's hier wieder weitergeht, werden wir sehen, was passiert. Ja, aber ich kann dir, glaub ich, aus dem Marketplace trinken kaufen dann. Stimmt. Marketplace, ja, ja, kann ich kaufen. Müssen wir dann mal so einrichten. Kokosnusswasser fünfmal sind nur 33 GC. Kaufe ich dann also. So eine Scheiße. Ein Wasser. Ein Wasser kostet 3500 Dollar. Ja, die Preise sind echt herrlich, ey. Und fünf Kokosnusswasser 33 GC. Vor allem, ich finde, sie könnten's doch auch realistischer machen. Ich mein, die könnten ja auch sagen, ein Zombie droppt einen Dollar. Und dann kostet Wasser drei Dollar. Ja, ja, das wär geiler, ja. Aber die denken wahrscheinlich so, in der Zombie-Apokalypse sind Nahrungsmittel richtig rar. Inflation. Und die können ja auch nicht nachproduziert werden. Und Geld braucht kein Mensch mehr. Ja, weil er alle Zombie sind. Weißt du? So macht das natürlich Sinn. Das stimmt wieder. Und die Zombies haben nicht so viel Geld dabei, weil die früher gelebt haben. Und früher hatte man noch nicht so viel Geld. Jetzt hältst du aber deine Maul. Weißt du, das ist ne... Ich glaube, ich hab da richtig klug mitentwickelt. Das hast du richtig gut durchdacht. Aber das stimmt tatsächlich. Also ich als Wirtschaftsexperte, ne... Ich glaube, ich hab keine Cola Light mehr, oder? Da kann man nix machen. Okay, play games, server. Machst du in-game, oder was? Oh, das Krasse ist, dass tatsächlich gerade neun Leute gebannt wurden innerhalb der Zeit. Dann lass mal EU-Server 11 jetzt machen, weil 11 ist nice und Dortmund wird am Samstag 11-0 gewinnen. Alles klar. Das wäre historisch. Oh, ich wünsche mir so ein Finale wie Liverpool gegen AC Milan. Ne. Doch. Ich glaube, das wird ein klares Ding für die Bayern. Ne, ich glaube echt... Ja, Bayern führt 3-0. Und dann Dortmund 3-3. Ja, ich meine, die müssen ja alles geben, Dortmund. Weißt du, die werden sich ja nicht brechen lassen. Aber das Krasse ist ja auch, nur Bayern hat was zu verlieren. Ja, das stimmt. Ganz, ganz klar. So, join server. Ich meine, Bayern... Ach, die werden nächste Woche... Ach, übernächste Woche werden dann auch Pokalsiege und dann passt das. Dann haben die das Double. Ja, aber die müssen ja unbedingt Champions League gewinnen. Weil die ja viermal jetzt innerhalb der letzten vier Jahre dreimal im Finale waren. Wenn die dreimal nicht gewinnen, dann sind das keine Top-Mannschaft. Ist einfach so. Dann haben die es einfach nicht diese Säcke dazu. Das ist das Krasse. Das wäre einfach bitter für den deutschen Fußball. Den einzigen, wo ich sage, dem Gönnies von Bayern ist Jupp Heynckis. Weil der dann so eine übermenschliche Saison gespielt hätte. Und dann kommt Pep Guardiola und nix mehr. Nice. Hast du irgendwie eine Taschenlampe für mich am Start? Warte doch eben, Alter. Ich hinweide dich schon, Alter. Mach mal schneller, Junge. Ich bin dead! Eat my zombie. Beim Einloggen. Hier, komm mal zu mir! La 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 la. Komm mal zu mir, hol mal meine Sachen. Wo bist du? La 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 la. Ich mach hier den la la la. Warte. Kannst du die Einladung annehmen? Ja. Ich bin irgendwo so in der Ecke. Ich hab die angenommen, das geht nicht. Ich seh dich nicht. Oh, da liegt der Säger. Ich bin im Norden von Campus City. Siehst du mich? Nee. Im Norden von Campus... Ja! Ja, ich geh jetzt in Campus City rein. Ich bin noch draußen im Wald. Siehst du mich? Nein. Melfels. Bist du in Campus City denn drin, oder was? Ich dachte, man ist invisible. Invincible. Ich weiß es nicht. Ich bin in Campus City. Ja, dann kann ich dich wahrscheinlich kommen noch für innen. Ich spute gerade, aber ich bin noch zu weit weg von Campus. Moin, Leute! Können Sie mich hören? Hörst du mich schon? Nee, ne? Nein. Kannst du mich hören? Null. Sanks, Sanks, Sanks. Ich seh nichts mehr. Sains. Sains Bro the Third. Was ist das wieder für ne Scheiße, Alter? Echt? Ich war... Ich hab noch nicht gesehen. Da war ich schon tot. Ja, ich... Kann jetzt auch nicht mehr spuren. Was ist denn mit... Du will teleportieren zu a safe location. Oh, so schnell kann man sämtliche Waffen loswerden, Alter. Okay, Leute, dann war's das jetzt erstmal. Ich log mich damit jetzt auch hier aus. Tut uns leid. So ein Scheiß. Vielleicht war das die Strafe für gerade. Ich sag nur eins. Chinesen essen Zwieback. Keine Droh. Tschüss. Ich sag nur eins. Ich suche dich. Ich Olympics. Vielen Dank.